im netzspot, da wird run und baking gemacht, so heißt, kane ist dran, mann, das ist so, wow, was für eine abwechslung ich hier aktuell an den tag lege, es ist erstaunlich, ich weiß, dankeschön, ich find's auch ziemlich erstaunlich, deswegen spielen wir mit kane, dem einäugigen piraten, der so unterwegs ist und so sagt, ah, weil er ein pirat ist, ich mein, warum sollte jemand sonst ne augenklappe tragen, wenn er kein pirat ist, erklärt mir das mal, ohne ich es nicht sagen soll, euch, ich würde auffallen, ihr könnt es mir nicht erklären, weil es dafür ansonsten keine Erklärung gibt, denn nur Piraten haben damals das Augenlicht auf einem ihrer beiden Augen verloren und brauchten deswegen eine Augenklappe, was nicht heißt, dass sie es da verloren haben, eher, dass da irgendwas unschönes mit dem Auge passiert ist, war bestimmt, keine Ahnung, Salzwasser drin oder so, es brennt da ganz unschön und dann läuft das Auge rot an und wenn man mit dem Schiff unterwegs ist, also kommt dann die Schiffpolizei und dann leuchten die euch mit euren Fackeln in die Augen und dann fragen die so, hm, warum sind deine Augen so rot und dann sagt die, ich hab Salzwasser in den Augen und dann sagt die Polizei, die Schiffpolizei, die primitive, steigen sie bitte mal aus ihrem Schiff aus und kusten sie mal in das Röhrchen ja und dann lebt ihr ein Leben auf der Flucht das Leben als Pirat ist hart glaubt mir, ich hab's gelebt für sehr lange Zeit und dann dachte ich mir, naja, such dir eine vernünftige Partei oh, oh, oh oh, okay, okay wow, was für ein Brüller was für ein Brüller, okay, okay ich bin ein bisschen stolz auf mich, okay